Das sind die neuen Gürteltiere in Minecraft, beziehungsweise sie sind noch nicht in Minecraft, sie müssen erst im Mob-Vote abgewotet werden, wenn es euch gefällt. Wenn ihr die tötet, bekommt ihr diese Amadillo-Schuppen. Daraus könnt ihr dann Hunderüstung craften. Und wenn ihr die eurem Hund zuwerft, findet er das nice. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Gürteltiere findet. Ich finde sie nice und jetzt schon mal besser als die Krabben.